Willkommen zurück bei Marvel Avengers. Ja, gestern haben wir ja die Generalisten platt gemacht, also im Simulator. Jetzt ist ja gerade einer im Training, und zwar Spitfire. Ja, Spitfire ist im Training zu Level 3, kann man jetzt auch schon beenden. So, damit wir das auch mal wieder sehen. Yeah, Spitfire Stufe 3. Yeah, kriegt jetzt auch ihr erstes Steinchen. Kriegt sie natürlich auch sofort, ich muss jetzt bald mal neue kaufen. Ähm, aber nicht heute. Dann jetzt möchte ich gerne Destroyer ins Training schicken, damit er auch endlich Level 9 erreicht. Ja, wir machen heute die Spezialoperation bis zur zweiten Forschung, und dann mal schauen, wie lang, wie schnell wir da sind. Haben wir noch ein paar Gruppenbosse platt zu machen. Meiner geht in knapp 8 Stunden wieder raus. Ähm, ja, wir machen auf jeden Fall heute nochmal Mission 1. Ich hab vorhin geguckt, ob wir was haben, an Kisten zu holen. Nein, haben wir nicht, aber eins ist mir aufgefallen. Und zwar, wir haben noch 19 Tage, und die Spezialoperation ist endlich auf Deutsch. Und wir gehen jetzt nochmal zu Mission 1. Weil ich möchte es auch gerne auf 3 Sternchen haben. So. Die Straßen von Hell's Kitchen sind niemals wirklich ruhig, aber in den letzten Tagen sind sie sehr viel lauter geworden. Boomerang und Shocker haben sich gestern Abend auf dem Times Square in die Haare gekriegt. Und Zeugen haben gehört, dass Boomerang sagte, er würde eine Nachricht von Owl überbringen. Kingpin hat die Nachricht auch gehört und sofort reagiert. Er ist auf den Straßen und schaltet untreue Magiermitglieder aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es mit einem Bandenkrieg zu tun, und wir wissen noch nicht, welche Parteien involviert sind. Agent, da ist Jessica Jones. Sie führt unser Einsatzteam an. Wir ziehen alle unsere Leute zusammen, die am besten für Straßenmission qualifiziert sind. Außer Cage. Ja, außer Cage. Tut mir leid. Egal. Der Devil hat mich einfach zugleich kontaktiert wie ihr. Wir haben Mission 1 und Punisher an Bord. Willst du Frank wirklich da rauslossen? Wir wollen den Frieden bewahren. Er hat sich selbst rausgelassen. Murdoch und ich haben versucht, dich zu überzeugen, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Wir werden sehen, wie das läuft. Unser erstes Ziel ist es herauszufinden, wer auf wessen Seite ist. Boomerang und Owl stehen gegen Shocker und Kingpin. Das wissen wir bereits. Aber wir vermuten, dass noch andere Parteien involviert sind. Es ist zu weit, Agent. Wir wollen den Frieden bewahren, aber manchmal geht das am besten, wenn man ein paar Köpfe gegeneinander schlägt. Okay, jetzt habe ich es dann auch verstanden. Lage ich in meiner Vermutung gar nicht so falsch, dass hier ein Bandenkrieg ist. Ich lage eigentlich ziemlich nah dran. So, Mission 9 ist ja, dass wir Jessica Jones einmal im Kampf einsetzen müssen. Das machen wir dann jetzt auch. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Oder wartet mal kurz. Okay, ich habe jetzt mal eben nachgeguckt, was die nächste Mission nach Mission 9 ist. Das heißt, wir können schön in Mission 1 bleiben, weil die nächste Mission wird sein 20 ISO sammeln. Gut, dass ich meinen Nachbarn noch nicht abgeklappert habe. Das machen wir dann auch noch. So, jetzt müssen wir erstmal so schnell wie möglich hier durchrasen. Ich werde Taskmaster behalten. Nicht nehmen. Nein. Das Problem ist, wie gesagt, habe ich den Überblick verloren, wer trainieren darf und wer nicht. Ja, wir nehmen Loki mit. Vielleicht kriegen wir ihn ja fürs Training fertig. So. Ja, ist echt schwer, ne? Ja, und wir nehmen Aris mit. So. Oh, jetzt muss ich erstmal husten. Ich habe da irgendwas sitzen gehabt. So, jetzt kommt mal her, ihr Leute. Jetzt machen wir euch erstmal platt. So, Agent Drayton Fool kommt mit Miss Marvel. Immerhin daneben. So, jetzt gibt es erstmal eine Spiegelhalle. Dolchwurf. So, Todesfrost. Jawohl, den hast du wunderbar gehauen. Da bin ich sehr, sehr stolz auf dich. So. Bumm, 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 bumm. Krieg ist immer gleich, kriegst du noch einen ab. So, ich räume jetzt erstmal den beiseite. Wir haben ja danach noch eine Welle. Und nochmal. Magier-Attentäter. Oh, das war der falsche. Egal. Falsche Klasse hat Lohi jetzt. Aber das soll mal Latte sein. Ja, mal gucken, wie schnell wir hier durchkommen. Dann machen wir auf jeden Fall noch die neuen Gruppenbosse. Damit wir mal wieder ein paar Kisten kriegen. Also mein Fazit ist immer noch, dass der Gruppenboss sehr, 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 sehr einfach ist. Sehr einfach. Zack, zack. Also ich will ja jetzt ein bisschen schneller durch. Der Kampf dauert mir jetzt schon zu lang. Sonst wird der Part auch wieder so mega lang. Und das möchte ich nicht. Ja, sonst müsst ihr wieder so viel gucken. Und das kann ich euch nicht antun. Wir werden da jetzt mal ein bisschen umswitchen. Okay, kriege ich auch so fürs Training fertig. Wir haben ja noch den Taktiker-Simulator zu machen. So, wer kann denn hier rein? Ein beliebiger Held. Black Waido. So. Alles schön in einer Welle. So, würde ich sagen. Nehmen wir mal Wallstack mit. So. Genau. Warum eigentlich nicht? Genau. Wir nehmen einfach mal Colossus mit. Das ist ja nämlich fürs Training für Level 2 fertig. Jetzt werden wir ja auch die Kleinen erstmal trainieren. So, wir haben ja Colossus neu. Kitty Pryde neu. Elsa Blutstone neu. Und seit gestern auch mein Oio Spiderwoman neu. Und ich möchte mal gucken, wie schnell wir die jetzt auf Level 2 gepurzelt kriegen. So, jetzt kommt erstmal Agent Flash als Verstärkung. Mit, ähm. Ich glaube Union Jack. Oh Gott. Ist das peinlich, dass er das nicht weiß. Aber müsste er sein. So. Dann, ähm. Machen wir dich direkt mal tot. Dankeschön. Und jetzt gehst du auf ihn drauf. So, aber er lebt noch. Er darf nochmal. Nein, er darf nicht nochmal. So, können wir jetzt schon mal schön auf den da drauf hauen. So, der ist weg. Und der wird jetzt auch hoffentlich. Jawohl, sterben. Damit ist der nächste Kampf durch. So, hoffentlich gibt das genug Erfahrungspunkte. Nein, ihm fehlen zwei. Das gibt's nicht. So, dann schicken wir nochmal einen beliebigen Held los. Captain America. Misty, wir müssen uns mit der Polizei und anderen Ersthelferen absprechen. Da, da, da das deine Kreise sind, könntest du vielleicht dem Polizeichef einen kurzen Ablust über unsere Pläne geben? Das kann ich tun. Aber ich bin nicht eure Pläne-Abteilung. Verstanden. Wir schicken jemanden, mit der sich darum kümmert. So. Machen wir die Welle jetzt hier. Wir nehmen wohl... Wir lassen das so, dann ist Kolossus schon mal fertig. Das sollte ja jetzt einfach gehen. Och Mann, ey. Machen sie beide Kampfreflexe rein. Das ist ja toll. Frage ist, muss ich jetzt auf ihn... Als erstes drauf? Nein, aber er kommt jetzt immer Agent Linea. Äh. Ja. Ähm. Spider-Ameise? Keine Ahnung. Spider-Girl oder so. So, das machen wir erst mal den Platz. Dann ist der schon mal weg. Du kümmerst dich um den da. Ja, es sollte reichen, dass er jetzt stirbt. Nein, nicht ganz. Das hätte kritisch sein müssen, aber er... Klatscht jetzt zurück, müsste dann eigentlich sterben. Geht sogar daneben. Das ist toll. So. Kolbenschlag auch daneben. Dann räumen wir mal weiter auf. Und... Tod. Die drei Sterne sollten wir dann gleich auf jeden Fall drinnen haben. So, Kolossus ist fertig für Level 2. So, jetzt müssen wir hier erst mal ein bisschen aufräumen. Wir holen jetzt erst mal Iron Man raus. Kriegen... Fünf ISO. Hammerhead. Hammerhead, versammelt hier eine Gruppe von Magierschlägern. Ich werde in die Partie versauen. Frank! Sag mir nicht, was ich tun soll. Agent, beginn Sie so schnell wie möglich zur Position vom Punisher. Wir wollen mit Hammerhead sprechen, statt hier zu begraben. Ja, machen wir natürlich. Da soll jetzt Iron Fist rein. Ich habe gehört, ihr habt Jessica Misty an Bord. Wie kann ich helfen? Wenn du Rollen finden kannst, würde das die Dinge vereinfachen. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, dann gehen wir jetzt erst mal auf Hammerhead. Hammerhead. So, dann nehmen wir Rollstack mit Punisher. Tun wir weg. Hammerhead, gehörst du zu Fisk oder zu Owl? Du weißt nicht so viel, wie du denkst, Kessler. Ich gehöre nur zu mir. Dann bist du ein Problem, das beseitigt werden muss. Ja, und zwar nicht mit dir, sondern mit... Nein, auch nicht mit dir. Speedfire wäre eine gute Lösung, aber nein. Wir nehmen jetzt erst mal mit... Nein, die Pride fällt da auch weg. Nehmen wir Spider-Woman mit. So, das sollte ja wohl klappen. Ich freue mich schon, wenn sie ihre Uniform bekommt. Das wird der Wahnsinn, wenn sie sie irgendwann hat. Aber bis es soweit ist, dass wir in Season 2 so weit sind, das dauert noch ein Weilchen. Jetzt kommt erst mal Agent S.U.G. Dini. Bringt uns Kriegsbringer. Und nehmt den Feuertornado. Ich muss ja als erstes auf den Magier-Auftragsmörder. Der beschützt ja alles. Der Sack. So, alle sind weit offen. Und dann wollen wir mal denen da oben eine mitgeben. So. Dann machen wir jetzt erst mal Rückendeckung. Wir sind bedeckt. Obwohl es der Konter hat. Und er heilt sich. Das ist schön. Er hat ja jetzt schon viel. Er hat insgesamt 10.872. Er hat ja also im PvP auch viel Leben. So, jetzt haben wir erst mal Schlägerei. Das kriegst du. Oh ja. Das hat gesessen. 627. Und dann ist er schon mal down. Jetzt ist er hier dran. Einmal getroffen. Jetzt hab ich die ISO-8-Kurund-Bemühungen drin, die ich gar nicht haben will. Jetzt habt ihr sie alle. Aufwalt-Stack. Vergeltung. Kriegst du auf jeden Fall was zurück. Den Venom-Strahl. So, das mach ich natürlich alles weg. Braucht kein Mensch. Dann holen wir noch mal ein bisschen Ausdauer. Die typische Reihenfolge bei mir mittlerweile. So können wir sie nämlich schön platt machen. Wieder die Schlägerei. So, der ist weg. Und jetzt können wir auf Hammerhead gehen. Der kriegt jetzt ordentlich was auf die Mütze. Zack. Und da haben wir den Bosskampf schon geschafft. Also den Mini-Bosskampf. Bosskampf. Das wär schön. 110 Erfahrungspunkte. Da freut sich Spider-Woman. Willst du jetzt reden? Wer ist der Dritte im Bunde? Reden? Ja, sicher. Ich rede. Worüber willst du reden? Wie wär's mit Baseball? Wenn mir nicht gefällt, was herausgefällt, wenn du das nächste Mal in den Mund aufmachst, schieß ich dir durch die Gaumen und höre zu, wie die Kugel in deinem Kugel sich ihren Kopf herumschießt. Was wolltest du dazu sagen? Äh. Jemand soll diesen Abfall wegschaffen. Der lebt nur noch, weil er weiß, wo er old ist. Ja. Coulson, ich hab gesehen, wie Biddle aus einer Bar kam, die die Magier für Treffen benutzt. Sie hat es eilig und wird eindeutig irgendwo hin. Wir schicken Ihnen ein Team zur Unterstützung, Daredevil. Sorgen wir dafür, dass Sie Ihr nächstes Meeting verpasst. Ja, es kommt immer mehr hier. Also will wohl heute nichts mit Gruppenbosse. Der Polizeichef weiß Bescheid, man. Er hätte darauf bestanden, dass wir ihm nicht in die Quarrel kommen und ihn seine Arbeit machen lassen. Aber ich denke, er ist froh, dass wir uns darum kümmern. Gut, könntest du dich jetzt wieder auf die Suche nach Kickpin machen? Wir kriegen nochmal ISO und zwar einen. Ist das nicht herrlich? So, noch mehr. Einbeliebigen Helden. Iron Man. So, machen wir jetzt auch direkt Biddleplatte. Wollen wir eher das Meeting mal versauen. So, Spiderwoman lassen wir drin. Daredevil, das ist nicht dein Kampf. Das ist zwischen uns und Fisk. Ich weiß, dass du das denkst, aber du, als du und Boomerang eure Nachricht an Kickpin geschickt habt, war er nicht der Einzige, der sie gehört hat. Hier ist eine Nachricht für Owl. Halte ich es in meiner Nacht beschweren. Wenn du dich in diesen Kampf einmischst, gerätst, du ins Kreuzfeuer. Ich tue dir einen Gefallen. Verschwinde. In Hades Kitchen tue ich alles, um den Menschen zu helfen. Und in diesem Fall heißt das, dass du weg musst. So. Ja, zwei Klassen. Das ist eine coole Sache. Ähm, wir nehmen ihn mal mit. Ich hab ne Idee. Nehmen wir Wolfsack mit. Wo ist er denn? Da, da oben hängt er. Wir nehmen den Taskmaster mit. Das sollte auch jetzt mal eine gute... Ah. Ja, da muss ich die, äh... Weil das, glaube ich, jetzt ganz schön lange dauert hier gerade. Müssten wir die Gruppenbosse, glaube ich... Offscreen wieder machen, weil das sonst wird der Part mir einfach zu lang. Agent, SUG, Pinguin. Komm direkt mal her. Gibt es uns Realitätshaken. Sehr schön. Und machen ihn direkt put. Aber doch nicht mit einer Nieden-Nagel-Nagel-Pistole. Aber trotzdem, danke. Vor allem fürs Realitätshaken. Wir wollen ja jetzt auch alle Texte mitnehmen. Da es ja jetzt ehrlich auf Deutsch ist. So, Killer. Black Red Roscoe. Boom. Boom. Ja, jetzt ist er ja fast tot. Vielleicht kriege ich ihn ja jetzt platt. Ich hätte es anders machen sollen. Ich Vogel. Ja, das ist, wenn der Mucke mal wieder pennt. War fast... War fast abzusehen. Zack. So, jetzt erheben wir uns. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Ah, herrlich. Praktischer Einblick. So. Oh, Zugverlust. So ein Scheiß. Aber egal. Jetzt kriegen wir gleich alle nahe Kampf. So gesehen. Wenn Tasken mal zu anderen drankommt. Machen wir erst mal so. Das Spielzeugbuch. Toll. Alles weg. Die kriegen Kampfbewusstsein, aber das mache ich gleich weg. Die nächste Attacke heißt Berta. Schickes Ding. Gefunden, benommen, pyrophorisch. Ehe viel Taktikerkraft. Gefällt mir sogar noch. Jetzt Taktikerkraft. Oh, toll. Hätten wir sogar noch einen Tick besser gefunden. Knapp, gibt es Schiss. Stimmungskanone. Super, da sind bei ihm zumindest die Buffs schon mal weg. Bei uns sollen sie ja auch wegfallen. So, erstmal alles, was ihr habt, weg. So, das ist weg. Jetzt holen wir erstmal aus, sauber. Ich habe nämlich nicht genug. So, damit wir jetzt mal ein bisschen aufräumen können hier. Hilft uns auf jeden Fall oft weiter. So, jetzt kriegst du erstmal das ab. Hat einen ISO verloren. Nahkampf ist drin, also ist er weg. So, du kriegst auch noch eine Taktikerkraft. Und ab jetzt kommen die Kampfbefehle. Jetzt werden wir richtig stark. So, jetzt muss ich ja erstmal auf den hier. Na, noch lebt er. Immerhin haben wir schön den Null gelesen. Ja, ich muss sie töten. Ich muss ihn eigentlich töten. Ah, reicht aber nicht. Machen wir das halt so. Ich krieg dich tot. So, der ist auch weg. Und jetzt können wir schön auf Beetle gehen. So läuft's. Oh ja. So, er darf nochmal. Jetzt sind wir den Axt da ran. Und das sollte ja eigentlich schon fast reichen. Na, fast. Das wird reichen. So, ich habe den nicht vergessen. Immer wieder den Nahkampf. So, weg ist er. Ist er. Das gibt nochmal schöne Erfahrungspunkte. 160. Ich habe während des Kampfes einfach aus Beetles Rüstung gelöst. Es ist ein versiegelter Kasten. So groß wie ein Kartenspiel. Hast du ihn geöffnet? Öffne ihn nicht. Nein. Wenn ich ihn bewege, spüre ich, wie sich im Inneren etwas verschiebt. Er muss seine Flüssigkeit enthalten. Kannst du ihn herbringen, der Devil? Nein, besser nicht. Wir haben ein Einsatzstimmer in der Nähe. Sie nehmen ihn dir ab. Damit du weiter die Magier verfolgen kannst. Gut. Ich gehe ihn entgegen. Zack, 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 zack. Ich habe Boomerang gesichtet. Er will offenbar noch eine Nachricht senden. Er wartet auf jemanden. Für ein Treffen oder einen Überfall? Das weiß ich nicht, Tony. Weil ich nicht weiß, auf wen er wartet. Wieso frage ich ihn nicht? Aha. So, jetzt holen wir erstmal hier raus. Ich habe überall gesucht. Kein Aul. Er versteckt sich. Die Magierbeglieder, die auf seine Seite sind, haben vor jemand anderem Angst, den er auf seine Seite gebracht hat. Aber ich weiß nicht wer. Oh, bleib dran, Danny. Okay. Okay. Gut. Bleib so halt dran. So. Wir kriegen mal wieder ISO. Zehn Stück diesmal. Nur leider haben wir nicht einen von diesen Dingern gekriegt. Immer noch nicht. Aber nochmal 5 ISO. So. Jetzt haben wir schwere Gefahr hier. Machen wir das am besten zuerst. Ich lasse diese Combo jetzt einfach mal stehen. Gehen. So. Agent Selonaurus. Kommt mit Omega Sentinel. Alle kuckeln. Schön. Gehen wir jetzt erstmal auf den da unten. Ist doch besser. Haha. Der ist wirklich nach Taskmaster schon dran. Dann. So. Der ist definitiv weg. Jetzt nehmen wir uns den nächsten vor. Nochmal. Das machst du nicht. Okay. Dann machen wir den jetzt tot. So. Der ist weg. Taktika-Kraft. Da ist sie wieder. So. Taktika-Training für Vollstack. Wie vorhin auch. Und jetzt die Kampfspiele. So. Sollte reichen. Jetzt können wir einfach draufhauen. Der erste ist tot. So. Jetzt dürfen wir alle ganz oft. So. Jetzt greifen wir ihn an. So. Der ist weg. Und er auch. Und damit ist der Kampf vorbei. So. 140 Erfahrungspunkte. Und er ist weg. So. Jetzt haben wir noch vier Kämpfe vor uns. Jetzt wird es aber richtig happig. So. Dann machen wir. Machen wir so. Machen wir die letzte schwere Gefahr schon mal weg. Wir lassen die Kombo aber bestehen. Er darf anfangen. Er darf anfangen. Oh. Agent Coulson kommt. Mit Sif. Da fliegt das Schwert. Er ist schon mal geschwächt und verletzt. Ja toll. Ich muss ja den in der Mitte angreifen. Geht ja gar nicht anders. So. Der ist schon mal weg. So. Wir machen wieder so. So. Chaotisch ist besser. So. Dann haben wir eine Infiltrator-Kraft. Die mir schon viel besser gefällt. Die mag ich irgendwie total. So. Die Quantenverwicklung spare ich mir noch auf. Jetzt greif ich den jetzt mal weg. So. Jetzt kriegt der wieder was ab. Er sollte jetzt eigentlich sterben. Nochmal diese schöne Welle. So. Er hat Nahkampf drin. So. Jeder kriegt jetzt was ab. Nur der da oben wieder nicht. Das liebe ich ja. Das wird nicht alle abkriegen. Ah. Er hat Entdeckung drin. Aha. So. Jetzt können wir Ausdauer holen. Weil Taskmaster hat nicht mehr so viel. So. Und jetzt können wir die Quantenverwicklung nehmen. Weil das ja die letzte Fälle ist. So. 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 Der ist weg. Jetzt können wir richtig schön kloppen. Boah. Fast gekillt. Doch. Er ist gekillt. Jetzt habe ich die Hämorragie vergessen. Und ich darf auch nochmal. Ich nehme den da vor. Da ich ja zweimal darf. Läuft gut die erste Mission. Also die haben wir auf jeden Fall auf drei Sterne. Und jetzt kommt die Welle. Und jetzt geht's los. Erstmal kommt jetzt Agent Iman. Mann. Boah. Die Waffe. Ich habe die nicht. Flüchtiges Florett. Aber die gefällt mir. So. Die gefällt mir. So. Ich gehe jetzt extra auf den. Damit der da unten das abkriegt. Und jetzt geht's jetzt doch der oben ab. Geil. Dann will man das einmal anders machen. So. Jetzt. Jetzt ist es fein. So wollte ich es haben. So. Jetzt kriegt erst mal jeder ein bisschen optischer Training. Und jetzt wirst du verstümmelt. Und jetzt geht's daneben. Das Master. Das enttäuscht. Muss ich das wieder erledigen. Toll. Zack. Und. Zack. Und tschüss. So. Jetzt hau ich dann auch nochmal zu. Und das war's. Der Kampf ist um. Wir haben schon wieder gewonnen. Yeah. Und jetzt kommt die leichte Gefahr. Das sollte ja eigentlich jetzt sehr leicht gehen. So. Dann könnt ihr jetzt erst mal Agent Nikola zur Stärkung. Mit Drachenklaue. Drachen. Oh. Mystik Schleier. Und Schritt ist schlau bekommen wir. Das ist doch. Das ist doch herrlich. Und jetzt haut ein Drachenfuß. Oh. Der ist fast down. Der ist fast down. Jetzt kommt noch eine Drachenklaue. Oder irre ich mich? Ne. Noch ein Drachenfuß. Oh. Definitiv kaputt. Definitiv kaputt. So. So. Dann machen wir jetzt so. Dann ist der unten auf jeden Fall down. Und ich darf nochmal. Mal. So. Wenn die alle kritisch sind, ist er tot. Ist nichts kritisch, lebt er noch. Kritisch, kritisch, kritisch. Ah, fast. Ich sag mal. Wären alle kritisch gewesen, wäre er down gewesen. Aber der letzte war nicht kritisch. So ein Scheiß. Immerhin daneben. Ja. Und das hat gesessen. Taktikerkraft. Ja, die brauche ich jetzt nicht mehr. So. Damit kommen wir jetzt zum heutigen Bosskampf in der Mission 1. Und dann geht es Freitag. Wir haben ja heute Mittwoch. Freitag endlich mal zu Mission 2. So. Nur noch Boomerang fehlt. Die Kistenhelden, die wir haben wollen. Und damit schließen wir auch Mission 9 ab. Ich glaube, deine Verabredung versetzt dich. Glaube ich nicht. Sie ist gerade aufgetaucht. Wenn du mich suchst, erspart mir das die Suche nach dir. Aber es erspart dir nicht den Ärger, dass ich dich gefunden habe. Oh, das ist doch kein Ärger. Genau, das erwarten wir. So. Du musst ja bleiben. Also ich würde sagen, wir lassen Vollstack einfach drin. Weil es gerade so Spaß macht, mit dem zu kloppen. Ich weiß nicht. Ich finde das gerade irgendwie toll. So. Dann wollen wir mal schauen, wie schnell wir 20 ISO zusammen kriegen gleich. Agent Markholz spare ich mir noch auf. Jetzt hauen wir erstmal drauf. Ja, immer schöner, äh, da drauf, ne? Privatdirektiven. Zielfokus. Okay, wir nehmen doch jetzt Agent Markholz. Komm mal her. Er kommt mit Drax. Oh, wir will ihn auslöschen. So, die erste Attacke heißt Kneipenprügelei. Aha. So. So holt man sich den groben Sand, weil die kann sie ja auch verbrauchen. Schnappt sie, Jungs. Gibt uns einen Moralschub. Äh, als denen. Uns brauchst du kein Game. Wir haben den schon. So, ich gehe jetzt auf ihn hier. Dann ist er nämlich down. Vollstack geht auf ihn hier. Ist auch down. Und damit kommen wir jetzt zur Bosswelle. Die Bosswelle kommt hier. Müssen wir ja erst den da oben platt machen. Der muss ja erst mal weg. Klingerang. Blutungen. Kriege ich alles weg gleich. So, dann komm mal her. Zack. Und. Macht flankiert. Oh, das ist herrlich. Das brauche ich jetzt. Für den Vertrauenssprung. So heißt die zweite Attacke. Vorhin, äh, 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 in meinem Netzwerk war das ja alles doch auf Englisch. Ist ja Gott sei Dank endlich alles auf Deutsch. Oh. Oh, das gefällt dem Mocke. Läuft jetzt gerade alles perfekt. So, erstmal machen wir die Blutungen weg. So, sie hat noch 3000 hat sie noch. Und damit darf ich nochmal. Und sogar zweimal darf ich. Ha, 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 ha. Ne, einmal. Egal, wir machen trotzdem, machen wir, äh, den Auftragsmörder weg. Ich darf halt auch mal zuschlagen. Das sollte bei 1000 noch reichen. So. Die dritte Attacke haben wir. Haltestellenachst. Hydrantenschwindel. Und die Parkurwahnsinn. Ja, wir nehmen erst mal die Haltestellenachst. Wie geil. Die, er blutet dreimal. Wie oft bist du im Futter? Zweimal. Damit kann ich dich direkt ausschalten. Und wie? Damit ist der Bosskampf Geschichte. Mission 9 ist Geschichte. Drei Sterne haben ist auch Geschichte. Das läuft. Dauert zwar. Aber es läuft. So, 1200 XP kriege ich auch noch. So, jetzt gucken wir nochmal. Bossbonus. Es gibt hier ein Steinchen. Für Hieb. Kann nicht mit Angriffen angewählen werden, die bereits zur Blutung verfügen. Ausgerüstete Hiebaktion erhält Ausbluten. Aha. Dann gibt es als Waffe hier den Bumerangwerfer. Macht Blutungen und vergiftet. Dazu noch das hier. Aber ich hätte gern dann hier entweder Kommandopunkte und das Steinchen oder die Waffe. Und wir kriegen... Wieso? Egal. Bumerang war nicht der selbst. Er sprach anders. Seine ganze Art. Das ist uns auch aufgefallen. Macht es Sinn, dass Olien auf die Suche nach Ihnen geschickt hat? Nein. Außer Ol weiß etwas über die Magierjagd, die wir veranstalten. Was gut sein könnte. Möglich. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ach, auch geschafft. Okay. 20 ISO gesammelt. Warum auch immer. Jetzt hauen wir erstmal ab. Dann brauchen wir das jetzt auch nicht machen. So. Drei Sterne. Definitiv. Gib noch mal 100 XP. So. Wir wissen doch nicht, wer gegen wen kämpft. Beatle und Bumerang sind auf einer Seite. Unterstützt durch Ol. Fisk und Schocker auf der anderen. Mit Hammerhead? Das wissen wir noch nicht. Er verrät es nicht. Bleiben Sie an ihm dran. Was ist Fisk Status? Er hinterlässt eine Spur aus Matsche, die als Magier war. Finden Sie ihn. Wir haben den Kostentendent, der wir gefunden haben, jetzt im Labor. Im Inneren sind kleine Fläschchen mit Flüssigkeit. Das muss sofort analysiert werden. Ich mag es nicht, wenn die bösen Jungs mit nicht identifizierten Flüssigkeiten herumlaufen. Ja, damit haben wir das ja auch durch. Ja, eigentlich wollte ich ja noch die Gruppenbosse machen, aber der Part geht schon so lange, dass die Gruppenbosse mache ich morgen früh. Offscreen alle. Anders geht es nicht. Ja, und wir machen dann morgen weiter im Simulator. Da machen wir dann die Vernichter. Ja, wenn der Ladebalken jetzt mal hinten macht. Das Vernichtertraining. Und dann am Montag ist dann der Simulator fertig. Und dann können wir uns komplett auf die Spezialoperation konzentrieren. Ja, da es ja heute Part 400 ist, möchte ich mich an der Stelle auch noch bei allen Leuten bedanken, die mich hier bei Marvel unterstützen, seit über drei Jahren mittlerweile. Danke, dass ihr immer da seid. Danke, dass ihr mit mir immer schöne Tipps gebt. Und ich weiß, was ich da zu tun habe. Egal ob PvP, egal ob Spezialoperation oder Season 1, beziehungsweise jetzt Season 2. Danke, Leute. Ich bedanke mich auch bei der super Gruppe, in der ich seit, ich glaube, jetzt auch über zwei Jahren schon drin bin. Bei den SUG-Lern. Ihr seid einfach eine Bombentruppe. Ihr helft mir immer, wo ich kann und wo ihr könnt. Und ich versuche auch, euch zu helfen, wo ich kann. Auch wenn ich immer noch nach drei Jahren meine, ich bin ein Noob. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich an der Stelle bei euch. Wir sehen uns auf jeden Fall in allen anderen Parts wieder, weil Marvel wird noch eine ganze, 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 ganze Weile Ecke gehen. Also ich tippe mal, dass es am Ende so, bis wir dann irgendwann alles haben und dann nur warten müssen, bis es, äh, was Neues kommt, bestimmt bei 700 Parts landen werden. Heute gab es ja kein Special, außer dass es, äh, die Spezialoperation auf Deutsch ist. Yeah! Part 500, da muss ich, da werde ich mal gucken, ob mir irgendwas einfällt. Aber das sind ja noch 100 Parts hin. Also Leute, ich bedanke mich und verabschiede mich von euch. Wir sehen uns in den nächsten Folgen bei Marvel Avengers Alliance. Bis dahin, alles Gute, Tschüss!